Wieso heißt das, das hässliche Entlein? I don't... don't quite... Na, ich hab deinen komischen Schnulli-Punkt! Oder nicht? Der hat mich doch hier hochgeführt! Ich seh ihn nicht! Alter, ich guck jetzt hier, was hier dran steht. Was steht hier? Äh, die sagt ihm nicht, äh... Ich hab den Hexen gesagt, das ist so... Ich hab den Träum gesehen, also... Hilfe, ich hab den Schnulli zu reparieren! Na genau das möchte ich doch tun! Aber die Frau möchte das nicht! Muss ich hier irgendwas drücken? Bestimmt nicht, oder? Und die Frau hat echt das große Bett rausgeschmissen, ne? Ich nehme die Wasserflasche mit! Geh ich halt wieder! Kein Problem! Auch da drin! Ihr habt gesehen, der Ombau nicht, ne? Ganz skurril! Oh Gott! Oh Gott! Vielleicht geht das schneller! Alles gut, Gerald! Wo sind die Leute hier? Ähm... Irgendwas... Ich glaube, irgendwas muss ich noch machen, oder nicht? Muss ich noch irgendwas machen? Hier ist Lambert! Guten Tag! Wies ich noch nicht! Oh! Oh! Immer! Freund, immer! Hoffentlich! Ah! Ah! Squirtel! Na klasse! Super gut! Ich denke das passt! Ich fang mal klein an! Ja! Ja das! Ja da! Ach, hör auf! Hab ich's auch schon mal klein an! Leck mich um den Arsch. Alles klar. Hier, äh. Und so. Bitch. Hör auf. Ich bin voll garstig, Freund. Ehrlich. Da passt er nicht. Na gut. I have one, bitch. Zumindest die erste Runde. Ich bin am Zug. Ja. Ich spür auch die Trisskarte. Wieso hat er die Trisskarte? Ich kann jetzt nur hoffen, dass er auch Scheiße hat. Ich bin mir da aber leider nicht so sicher. Das stört mich mal gar nicht. Der hat sich voll selber getestet. Das ist geil. Ja. Lambert, irgendwie so richtig spielen kannst du nicht, hä? Oh, der ist aber blöd jetzt, ne? Haha. Uh, voll gut. Wie sieht's denn aus mit hier drüben? Triss Marigold. Yes. So gut. Oh, du kannst ja gehen. Du kannst ja gehen. Gewinnspielen. Oh, kannst du gewinnspielen? Oh, was hast denn du hier wieder hingestellt? Oh, was hast denn du hier wieder hingestellt? Hm. A month of tracking, stocking. But I finally dropped the son of a bitch. Congratulations. Can't help wondering though. Why'd you keep the corpse? Aim just stuff it, hang it above the mantle? Hm. Not a bad idea. Got to finish the autopsy first, though. This one was quicker than most. Quicker and stronger. Want to examine it thoroughly. Okay. Sejma, y'all. Mind if I have a look? Want to do the honors? No, thanks. You cut. I'll grab a bite to eat. Hm, hm, hm. 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 Let's examine its head. Long whiskers. Protruding frontal lobe, but that's normal. Long ears. And an earring. Mm-hmm. Seen that before. Some of them like shiny objects, like magpies. And in the maw, yellow dulled teeth. Missing its upper front teeth. Lower incisors. Clearly not a flosser. Fine, let's move on. Open its gut. So, anything interesting? Haha, dicker hat. Uh, bits of undigested food. A few decades worth looks like. Human hair, a belt buckle, a few coppers, and a gold ring. Want to give it to Yennefer? Ought it be as good as new, won't you polish it a bit? No, thanks. She only wears silver. That's her loss. Rest is perfectly normal. Except for its gnarled liver. Seems like I had a penchant for the blood of drunkards. Nice claws. 15 inches, I'd say. They grow its whole life. This one was about 100, 110 years old. Pretty muscular legs. Calves and feet especially. Let me tell you, this sucker was fast. One second here, there the next. Always in the shadows. Could barely see it. So how'd you take it down? Huh. Long story. Tell you another time. Okay, well done. Touch. I think I've seen enough for now. This was an old one. Experienced. Hmm. It'd be nice to figure out a way to determine a catacan's age based on its tracks. Okay, well done. I think I've seen enough for now. 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 Oh man. Let me see. Ich hab doch... Entschuldigung. Ja. Kann ich... Frau, ich bin noch fertig mit dem Scheiß. Oh. Was soll ich mit dem Ding eigentlich machen? Störungen. Finden die Quellen machen die Störungen mit Hilfe des Pilipil. Ich glaub, das muss ich erstmal machen. Ich nehm das Ding einfach mit, dann halt ich das die ganze Zeit immer in der Hand und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das ist schon wieder zum zweiten Mal ja auch geguckt. Ohne... ohne Sinn und Zweck. Tut mich sorry. Kriegen wir schon hin. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal ist stärker. Ay, umma. Ja. Okay. Sieht man. Sieht man. Sieht man. Sieht man. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, es wird nichts. Was ist das? Das muss er sein Du bist bestimmt nicht neu Bestimmt hier eins dieser krassigen Bücher. Irgendwas hier drin. Hier nicht. Irgendwo hier. Das muss hier sein. Findest du doof? Guck mal das Ding raus. Aber hier nicht. Du wirst mich verarschen, ehrlich. Du störst als Pulli-Küllele. Glaub ich. Du wirst mich verarschen. Du wirst mich verarschen. Oh. Nice. 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 Look. Like that. What's that? I don't know what you're talking about in the box. What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. No wonder the Megascope doesn't work. Alright. Gotta get them out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Huma. Yes Uncle Vesemir. Haha. Hello Huma. Haha. That Huma thing. Oh god. Nothing here. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Schafft. Frau. Oh. Es geht ja. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. Hmm. I suppose he had no idea they could interfere with my Megascope. You know. Lambert's not exactly an expert on Megascope so. Please. Lambert is mean not stupid. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets. Or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt. Behave. Please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Cadmill Yennefer at Vengerberg. Gwyndlaed. Cadmill in Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of elder speech unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafele line. Cadmill folly. Gledeadon eptenid. Bondro isne iachus. Recognize the dialect. Leeten undod. Meaning? The so-called one speech. A forgotten language dating from before the migration. The migration? Later Geralt. Take it you've heard the words before. Ja, in legendasien, von der kind, die nicht glücklich enden. Kannst du uns helfen, mit der Kurs? Zu einer Art. Agnes de Glanville's Inkantation, kombiniert mit Elders' Triangle, inverted, natürlich. Sie sind dein einzig mögliche Re-Course. Aber ich kann garanteen, dass sogar sie sein werden. Danke, Endsverrn. Va feil. Das ist nicht unsere Konversation. Ich frage mich. Du willst etwas zurück. Wenn ich bitte, Gwynblade. Ich würde gerne eine Re-Quest. Stopp guessing. Nur hör auf. Die Zeit der Blut und der Blut ist nieder. Und der Welt wird mit dem Eis. Ich weiß, Ithlinne's Prophecy. Ich weiß nicht, dass Sie es wissen. Aber Sie verstehen es? Ich weiß nicht. Die Elders' Blut kann das Endes initiieren, das Endes, das Ende des Endes. Oder stopp. Remember this, Gwynblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. Das Endes, Ich weiß nicht, was sie war. Und das ist eine Re-Quest. Das ist eine Re-Quest. Good gods, did they teach you no history here? No, Besamir figured swordwork could be more useful on the path, can I answer me? Naturally, one's never too old to learn. The Ensei and the Ennen Elves were once one folk, the En-Undod. Then came a cataclysm, no one knows its nature. The En-Undod were forced to leave their world, they split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan-Undod... ...then it's old. Very, very old. All in all, interesting conversation. What now? You can start by apologizing for acting like a boar, despite my asking you not to. I'm sorry. It's just when Ida started in with that patronizing tone. You decided to prove she was completely justified to adopt that attitude. Well done, Geralt. Bravo! So eine Zicke, Alter. Oh, enough. All is ready. We should gather the others and begin. Oder sie tickt mich nur an, von morgens bis abends. Versteh ich nicht, was da abgeht. So eine schreckliche Frau. Ah, Uma. All in H bunny. Listen everyone. All is in place. You may begin. You may begin.